Hallo, guten Morgen! Heute ist Maribeländer Tag 17. Ich habe heute richtig lange geschlafen, deshalb ist es auch schon hell draußen. Leider hat es heute wieder nicht geschnallt, aber trotzdem pack ich jetzt meinen Herbenskalender aus. 17 Die habe ich mir schon immer gewünscht, die kann ich gleich auch ausprobieren, weil ich muss noch was für meinen Geburtstag basteln. Ist da was drin? Ja, ein Schokoriegel! Ja, jetzt muss ich mich auch fertig machen, weil um halb elf möchte ich noch zu meiner Freundin gehen. Die wollte mir noch was zum Geburtstag geben wahrscheinlich. Und jetzt ziehe ich mich da mal an. Guckt mal, ich war gerade bei meiner Freundin, der Diana. Die kennt ihr aus dem Jellybeans-Video. Und dann habe ich hier so eine Taste bekommen, die kann man mit den Stiften anmalen und noch ganz viele Süßigkeiten. Die werden jetzt direkt mal aufprobieren. Die werden jetzt direkt mal aufprobieren. Oh, wie cool! Ganz viele Kinderriegel. Schokoschneemänner. Lecker! Und das Beste ist, dass man keine Stifte auch wieder wegwischen mit einem Taschentuch. So sieht jetzt das Ergebnis aus. So, ich bin jetzt gerade den Tisch offen am machen, weil ich war jetzt gerade noch reiten und es ist auch heute ein bisschen stressig, weil gleich um drei kommen schon meine Gäste. Wir haben jetzt schon mal ein Viertel nach zwei. Und deshalb muss ich mich jetzt beeilen. Aber es sieht doch schon ganz gut aus, oder? Ja, jetzt habe ich hier noch so ein Spiel gebastelt. Da habe ich hier so eine Holzplatte genommen, da alles wurde Becher draufgeklebt. Und dann müssen wir gleich versuchen, mit so kleinen Glöckchen da rein zu treffen. Und dann schreibe ich da noch so Zahlen drauf, wie viele Punkte das dann gibt. Also die Gruppe, die in einer Minute die meisten Punkte hat, die hat dann gewonnen. Die Pinata hängt übrigens auch schon. Mein Hamster, der Nobody, wir haben jetzt gleich drei Uhr, der ist jetzt wach geworden. Und der ist jetzt gerade Hüttenkäse und jetzt hat er eine kleine weiße Schnute. Wie süß der Trink. Bei Hamster brauchen auch Eiweiß, aber eigentlich sollte der Mehlbömer essen oder tut der Heuschrecken. Aber die mag der nicht, deshalb kriegtろ er jetzt Hüttenkäse. Jetzt geht er sicher gleich wieder schlafen. Jetzt nimmt er sich noch ein bisschen einstopft mit für sein Nest. Macht er sich ein schönes neues Bettchen. Tschööööö Hier warte ich, dass es endlich klingelt und mal an Besuch kommt. Bis zum nächsten Mal. 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 Moment. Also ich habe hier einmal so ein Tattoo-Bug bekommen von Topmodels. Da sind ganz verschiedene Tattoos immer drin. Zum Beispiel hier so welche. So Armbänder-Tattoos. Ja, dann habe ich hier noch so eine schöne Schmuckschatulle bekommen. Das ist so eine kleine Giraffe. Dann kann man hiermit über das Handy wischen und dann wird das Handy sauber. Und dann habe ich hier noch was für die Badewanne. So einen coolen Glibbi. Der wird dann im Wasser wird der blau. Und dann kann man das Wasser so glibbi verwandeln mit so einem Puder. So ein Kügelchen. Und dann wird das richtig cooler Schlamm. Und dann kann man auch wieder so ein Pulver reinschütten und dann wird das wieder zu Wasser. Und dann habe ich hier noch so einen schönen Leoparden bekommen. Und dann habe ich hier noch so einen schönen Leoparden-Glubschi bekommen. Den habe ich Papi genannt. Und den finde ich richtig süß. Und der heißen echt Patches und hat am 5. Juni Geburtstag. Und dann habe ich hier noch so schöne Radiergummis bekommen. Moment, die mache ich mal an und aus. Sind da so Flaschen. Und hier. Und dann habe ich hier noch so Glitterstifte bekommen. Ich liebe Glitzerstifte. Weil die sehen einfach immer so schön aus, wenn man damit schreibt oder so. Und dann schreibe ich damit auch immer in ganz verschiedenen anderen Schriften. Jetzt habe ich hier noch so eine CD von den drei Ausrufezeichen. Die heißt Spuk am See. Freue ich mich schon drauf, die zu hören. Habe ich hier noch so Topmodel-Glitzerstifte bekommen. Damit kann man halt so richtig gut malen. Das sind so Gold, Silber und wieder so Gold. Und damit kann man halt so... Das sind so Metallfarben. Habe ich hier noch ein Manga-Topmodel-Bug bekommen. Kann man Mangas malen. Zeig ich euch mal. Hier gibt es dann so Aufkleber. Und dann ist hier so was vorgemalt. Kann man die ausmalen. Da kann man zum Beispiel ausmalen und so. Und das finde ich richtig cool, dass ich das auch bekommen habe. Jetzt habe ich wieder was zum Lesen. So ein Buch von den drei Ausrufezeichen. Das ist halt brandgefährlich. Und das lese ich heute mal. Jetzt habe ich noch was. Das ist hier von meinem Bruder. Das ist von Candy Shop. Da hat er mir Parfum geschenkt. Und dann habe ich hier noch so Handcreme bekommen. Jetzt habe ich noch auch von meinem Bruder eine schöne Topmodel-Zeitung bekommen. Und leider habe ich die schon. Aber die kann man ja wieder umtauschen. Dann habe ich hier noch eine Radierummi. Das ist so ein cooles Handy. Das ist hier noch so ein Popstar-Buch. Da kann man so Topmodels als Popstar aufmalen. Da sind da auch so Aufkleber und Schabonen sind hier hinten. Und hier. Ja, und das waren jetzt meine Geschenke vom Kindergeburtstag. Und heute Abend gucken wir noch Supertalent. Ich freue mich schon drauf, weil es fängt das Finale an. Und das ist live. Und das ist so cool. Ja. Und jetzt waren es aber wirklich meine Geschenke. Ja, jetzt bin ich auch müde. Und ich glaube, das ist jetzt auch genug für den Mavi-Länder heute. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. 딸 Flussleo beginnungs equation. Dies we, describe. We´re the chills for free. Just to know that I´m not alone. Let´s meet this idea when´s getting cold. Untertitelung des ZDF, 2020